Ich bin ein Ninja, ich bin ein Ninja, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Hast du es dann irgendwann mal, Felix? Leih, warte da mal mit der Ruhe hier. So kompliziert kann es doch nicht sein, neue Sachen auszurüsten. Ja, ich muss halt ausrüsten und dann noch verkaufen wieder. Du kannst auch gleich verkaufen und dann dir merken, was du ausrüsten willst. Ach, Ruhe. Da muss ich nicht hin und her. So, jetzt, ihr könnt dann. Sag euch mal ein Ninja, du siehst mich nicht. Ich habe mich umgedreht, da stand keiner. Ja, ich stand direkt über dir. Und ne, Mist jetzt, ey. Ja? Was machst du auf mir? Ich bin zwar breit als Spielcharakter, aber... Ich wollte dich Mario stompen, weißt du? Ich bin gerade Mario breit. Ich bin gerade breit, man. Also, dass du breit bist, ist mir schon klar. Bei dem, was du alles rauchst. Ja, das ist jetzt... Na komm, wir kommen schon nie aus dem letzten Jahr, also... Lass mal alle vier Rückrater. Hier im Osten, da gibt es nicht so viel Drohung. Na... Wenn du wüsstest. Was ist schon für Leute, die in den anderen Appellippen... ...und unserer Zuhörer... ...gewandt halt. An unsere Zuhörer... ...und unsere Zuhörer... An unsere Zuhörer... Ähm, wo sind denn die anderen, die man abgeben muss? Die sind bei TK, oder? Ja, kann sein. Ich bin da mal hinrennen. Können wir jetzt nicht langsam mal ein Auto nehmen? Das lohnt sich noch nie auf der Strecke, ein Auto. Vor allem haben wir noch gar kein Auto, wir müssen dann Bonehead töten. Danach können wir erst die Autos benutzen, nach der... Ah, da sind schon wieder die Hitze und dann die... Ich mag sie nicht. Das sind jetzt auch kein Problem mehr. Sollten zumindestens nie. Nee, falsche Richtung, Felix. Ich hab den Block aufs Hammer gekauft. Ja, ja, ich weiß doch. So blöd bin ich jetzt auch nicht. Nein? Dein Glück? Ich schieße nur aufs Kack. Danke. Oh, ein Sniper. Und eine Schrotflinte. Und eine Schrotflinte. Ding, ding. Ui, schon fast wieder Level ab. Ja. Ihr habt gerade eine Sniper und eine Schrotflinte bekommen. Toll. Hast ich? Ja, du auch. Und ne, ich hab ein Shield. Wo war ein Sniper? Ein Shield hast du vorher bekommen, aber ihr müsstet bitte noch einen Sniper und eine Schrotflinte bekommen haben. Mit Schnippel. Die Schauer werde ich halt nicht nutzen. Die Sniper ist cool. Ja, die werde ich Uni nutzen. Die hat plus Level 15 Schaden. Da macht er meine Plasti Nasty Sweater. Äh, du musst aber auch gucken wie viel, also ob das 9x oder 12x 15 Schaden ist. Weißt du, wie viele Kugeln der hat mit einem Schuss? Genau. Wie schießt die denn? Das ist, deswegen heißt die TKs Wave. Achso, reitet die Welle, okay. Das ist halt eine Welle, die das sozusagen abschießt. Ja. Hast du gesehen, Goofy? Ja. Das ist total geil. Aber jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt kommen jede Menge Gegner auf einmal. Das war das letzte Mal so. Da ist Bonehead. Oh ja, komm blöde. Ich bin ein Weißgeleg. Das ist weniger Muni. Ich habe merke ich gerade. Ich habe wirklich die Eier geschossen und einen kritischen Server-Gut landet. Nee. Ich bin ein Sterne, wir müssen ein Sterne halten. Oh! Was ist denn hier? Verschanze mich mal eben. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ich krieg' sogar 100 XP dafür noch. Oh, der war noch gar nicht tot. Scheiße! Wollte mich verarschen, ja. Schieß auf den Typen links von dir! Links! Boah, alter, wo denn? Da gibt's nen SMG. Ja, die droppt da immer. Die droppt wirklich jedes Mal, wenn du den schicken könntest. Hier ist ne SMG. Aber die ist schlechter als die ich bisher hab. Hier ist noch ne grüne SMG. Hier hinten. Aber die schießt mit 2 Kugeln mit AIM-Schuss, Skobby, ne? Die du da hast. Habt gesagt, dass die SMG nur bei mir liegt. Die hat nämlich auch so'n Spammer dran, meines Wissens. Ja, stimmt. Marco? Braust du mir die? Ja. Da. Hast du aufgenommen? Hier hinten liegt noch die SMG. Die sind noch 174 wert. Ich hab' mir vorhin mehr. Ja, die nehm' ich jetzt nicht, also ich nehm' sie mit, aber mit zum Verkaufen. Ja, okay. So, müssen wir jetzt hin zum Abliefern. Wieder zur TK. Kommen wir nicht irgendwie hier hinten rum? Ne, ne. Doch, aber... Doch, kommt man. Aber der kommt halt nur in die Stadt, aber nicht zur TK. Ja. Die kommen hier oben rum. Ja, dann lass das doch. Wo bin ich denn auch? Hier gibt's Munition. Aber hier hinten geht's nicht mehr weiter sinnvoll. Ah, toll. Ich bin gerade aus, dass ich nach unten gejumped. Guck mal, da hinten ist ein Ninja Claptrap. Und was? Seht ihr da ein Video? Oh, wo kommen denn die Plätze nach die Banditen her? Die kommt immer wieder an der Stelle. Immer wieder an der gleichen Stelle. Ja. Ich muss dann unbedingt erstmal Medi wieder Zeug holen. Huiii, lauf. Lauf. Ach ne stimmt, wir müssen zu dieser Station hier. Wie viel Schaden macht denn ein Repeater? Ähm... 16. Pisswash übersprung? Ja, jetzt wird's lustig. Ja, warte mal, ich bin grad Medis holen. können wir nicht eigentlich noch ein zweites generieren ja zwei fahrzeuge gibt es immer musste aber oben irgendwie den tab wechseln das kann ich auf die 2 noch weil ich konnte nicht mehr runter müsste man schnell afk noch mal schnell gehen soll ich das klein machen oder ja mach mal der muss aufs klo hätte wenn ich sein mikro muten können schwarzen bretten feierst und neue missionen verfügbar hast du jetzt gestaubt es klappt auch nicht reden an dem fahrzeug nee weil es unten drunter liegt hast du ordentlich verkeilt hast du ganz toll hingekriegt finde ich super ne ihr kriegst die esser rifle beim waffenverkäufer wunderbar habe ich schon 13.000 gold geld schon gold ich habe irgendwie zu viel geld vorgezockt ich sage schon gold ich halte die medizinischen geräte am laufen mehr oder weniger nehme ich ich habe zwar keinen abschluss in medizin aber mit einer kugel im blatt ist ganz klar das ist ein 127er shield das gehört vor allem lustig wird es immer wenn du irgendwann ein größeres schild hast als du leben hast mach doch mal dein mikrofon ja leute ich werde die ganze zeit gerade attackiert das ist mein problem ja ich habe ja gesagt ich gehe afk was habt ihr hier mit zwei autos gemacht ich habe mir die autos gar nichts gemacht ich habe nur das große auto auf das angriff ich habe das frauen auto auf das männer auto gelegt was wollt ihr denn so wie das gehört alter da geht man mal für zwei sekunden in diesem und das wird alles aufgenommen wenn ihr was der hier für eine scheiße macht ey so jetzt mann 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 ich war gerade noch im shop ok ich nehme das andere auto na felix hat auch das andere das geschütz abfeuern mit der rechten maustaste das ist so geil mach mein auto nicht kaputt fahr mich nie an wir müssen hier hinten rum musst du gerade sagen du musst jetzt mit f musst du deinen boost aktivieren wenn du hier über die schanze springst sonst bist du nicht schnell genug ich bin jetzt gerade eh noch wie das lenkt wie bei Helo halt es ist es wird schön die kameras aufhalten wie ihr fehlt ich will gerade erst mal die ganz klähen die schädte ey hör auf wenn du scherz fischer oder komm her und springen ey meine Güte ich krieg' grad nicht hin ey oder mal ganz ruhig ja